Tag Kinders und willkommen zu Folge Nummer 5, ne 4 von Overwatch von der Beta. Ich habe mir überlegt, ich spiele jetzt mal in dieser Folge mit einer richtigen Heilklasse. Habe ich noch gar nicht ausprobiert die Heilklassen, von allen anderen Klassen habe ich zumindest schon mal einen Charakter ausprobiert. Aber jetzt nehmen wir einfach mal im Angriffsmodus in King's Row die gute Mercy, das Engelchen. Oh, wenig Teamschaden, das ist nicht gut. Okay. Ähm. Ah, so mache ich Heilung, okay. So funktioniert das, alles klar. Ich kann gar nicht angreifen. Ach du Scheiße, das ist wirklich ein reiner Heilcharakter. Ohne die geringsten Angriffsfähigkeiten. Ohne die geringsten Angriffsfähigkeiten. Okay, ich kann aber direkt zu den Charaktern hinspringen. 4, 3, 2, 1, Angriff beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A ein. Der Drache erwacht. Du sollst nicht jedes Mal kämpfen, bis der Arzt kommt. Ah, ich kriege dadurch aber auch den Assist, wenn ich einem... Oh Gott. Scheiße, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich mich mit dem Charakter komplett aus dem Kampf raushalten muss. Mehr oder weniger. Ich peppe dich wieder auf. Ja, genau. Ich peppe dich wieder auf. Aber mit Rechtsklick lade ich den Schild auf und mit dem Linksklick... Oder? Das ist Heilung und das ist Schild. Okay. Und wenn ich in dem Moment, wo jemand einen killt, einen heile... Scheiße, wo bist du? Oh, Mensch, Mädel. Was machst du da oben? Ah, und das ist eine Wiederbelegung. Alles klar. Ich glaube, ich habe auch mit den Heilklassen ganz gut das im Griff. Habe ich den Eindruck jetzt. Ah, ich will immer auf die Gegner zielen. Sehr, sehr geil. Also, die Heilklasse macht echt Spaß. Ah! Ah, damit... Das ist ein Schadensboost. Okay. Und keine Heilung. Ich... Äh, und kein Schild. Sehr geil. Ich fliege dich wieder zusammen. Wir gehen mal hier unten einfach mit. Sehr geil. Sehr geil. Das ist ein Schild. Ah, das ist ein Schild. Ah, ich bin wieder... Und genau, heute stirbt mir hier keiner weg. Scheiße, scheiße. Oh, das spielt sich echt gut. Der Heilcharakter, das spielt sich richtig gut. Ich bin total konzentriert, Freunde. Boah, ich bin ein monstermäßiger Heiler, Alter. Jawohl, ich bin nicht ein einziges Mal verreckt, Freunde. Das war doch mal richtig awesome, Alter. Mit Hanso habe ich übrigens auch schon mal gespielt in einem kleinen Match, ohne aufzunehmen. Und der liegt mir überhaupt nicht. Hui, cool. Defensiv-Assist. Dankeschön. Ich habe ja wohl auch mal geheilt wie ein Profi, oder nicht, ne? Freunde. 3134 Heilung. Matchbewertung. Plus. So, auf in ein nächstes Match. Ich nehme jetzt mal eine andere Heilklasse. Die spielen sich echt verdammt gut. Normalerweise bin ich bei, bei Spielen generell immer so eher der DD-Typ. Und ich spiele eigentlich grundsätzlich extremst selten mit, äh, mit, mit Tank-Klassen oder mit Heil-Klassen. Die lagen mir bisher einfach nicht. Aber hier hat sich das jetzt extrem gut gespielt. Wir haben ein bisschen viele Scharfschützen, meint ihr nicht? Verteidigung. Verteidigung. King's Row. Symmetra. Mal sehen, was die so für Fähigkeiten hat. So. Dann haben wir da noch... 5, 4, 5, 4... Naja. Okay, das ist Heilung. Und das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so eine Heilexplosion, würde ich mal vermuten. Okay, das ist ein Schild. Äh, ich weiß nicht, ob... in 30 Sekunden erwartet. Alle Systeme okay. Bereit für den Kampfeinsatz. Und wenn ich jetzt hier... Schild aktiviert. Okay, so packe ich hier ein Schild drauf. Wenn jeder seine Funktion erfüllt, ist uns der Sieg sicher. Anbringen. Ist das eine Selbstschussanlage, oder was soll das sein? 4, 3, 2, 1... Ist der direkt in meine Selbstschussanlage reingerannt? Also bauen wir doch gleich noch so ein Ding dahin. Autsch. Ich werde dich schütten. Danke. Uah, scheiß Scharfschütze. Scheiße, die Heilung ist weg. Okay, ich bin wahrscheinlich weniger ein Heilcharakter, sondern ich würde mal vermuten, dass es eher so in die Richtung Supportcharakter geht. So ein bisschen wie ein, wie ein Druide. Äh, Quatsch. Wie, wie ein Schamane. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Kniek. Arbeite zusammen. Dräng sie zurück. Von mir kann sich niemand verstecken. Verteidig den Punkt. Greif koordiniert an. Das wird unsere Effizienz steigern. Du machst mal raus. Wir müssen den Punkt halten. Hier kann, kann ich mich teleportieren. Wie auch immer ich das mache. Also, ich habe auch... Uah. 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 Oh Gott, oh Gott. Ich bin hier auch nicht wirklich gut als Kampfcharakter. Was war das? Ach, okay. Krieg. Okay, auf C kann man hier so... Emotionsdinger machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Die Stöne. Mein Schild schützt mich. Mir stirbt keiner mehr. Mein Telefoto wurde zerriffst. Sie geben den Kampf noch nicht verloren. Nein. Meine Selbstschussanlage wurde zerriffst. Schild am Stabbing. Ach, die Scheiße. Oh, das war knapp. Oh Gott. Eine Selbstschussanlage wurde zerstört. Selbstschussanlage für Reise. Jetzt wird abgerechnet. Zielpunkt verloren. Halten Sie die Fracht auf. Oh, okay. Okay, ähm. Oh, scheiße. Ich bin hier mitten zwischen den ganzen Feinden. Scheiße. Wer schreit hier hinter mir? Warum wird hier gestorben? Habe ich das erlaubt? Da ist die Fracht. Und starten Sie Ihre Motor. Das Licht schützt dich. Sehr geil. Ey, die spielt sich auch extrem geil. Die spielt sich völlig anders. Als, äh. Als jeder andere Klasse. Als jeder anderer Charakter. Aber irgendwie. Trotzdem mega gut. Sehr geil. Das hat funktioniert gerade. Ich stelle die hier alle vor die Tür, Alter. Sobald da einer langkommt, ist der weg. Oh, ich bin das erste Mal gestorben. Ich habe aber... Ne, das war sein Killstree. Spielt sich aber irgendwie... extrem cool, der Charakter. Scheiße, jetzt haben sie die ganzen Selbstschussanlagen zerstört hier. Ich treibe mich die ganze Zeit irgendwie hinter denen rum. So, ich muss den Teleporter irgendwo hinstellen. Mein Sicherheitssystem wurde geschwächt. Die Stunde hat geschlafen. Teleporter online. Das wird uns für Effizienz steigen. Boah, direkt kaputt gemacht, das Ding, Alter. Sicherheitssystem platziert. Mein Schützehle da. So. Ach komm, wir haben es doch fast geschafft, Alter. Sehr weit kommen die mit ihrer Fracht jetzt nicht mehr. Ah, jetzt hat er mich. Scheiße. Ja gut, von dem kommt man nicht so schnell weg. Jawohl, wir haben das Ding gewonnen. War das nicht ein geiles Match, Freunde? Das lief ja mal wie am Schnürchen. Kills mit Selbstschussanlage. 19 Stück. Das ist doch mal, ne? Oh, ich hab vergessen, das Match zu bewerten. So. Joa, Freunde. Joa, das war das zweite Match, was wir jetzt einfach mal mit einem Heilcharakter gespielt haben. Und ich mach hier wieder mal, äh, Schluss. Wir gucken mal, was wir Neues gekriegt haben. Für Mercy haben wir ein neues Spray bekommen. Ach, das sieht ja geil aus. Was ist er denn hier für einer? Okay, ähm, sie spielt sich verdammt geil als Heilerin, muss man wirklich sagen. Aber wir gucken natürlich nochmal ein bisschen weiter, was wir noch für weitere Charaktere hier kriegen. Ich sag hier erstmal, danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Lasst einen Daumen und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal.